RCT-Radio-Komödie The Better Way of Blödsinn Hey Moat, runter von der Gondel, sonst fährst du eine Runde extra. Und ich weiß nicht, ob eine extra Fahrt im Umfang drinnen ist von der Tee geht. Jo, mein Bester, ich bin ja schon da. Außerdem ist das hier keine Gondel, sondern ein Transportschiff. Aber egal, Gondel und Co, alles dasselbe, alles auf Wasser und Bester. Oh, Wasser klingt gut. Ich könnte was zu trinken brauchen. Wasser? Ja, gibt's ja hierzu genug, wa? Hey, ich hab eine Idee. Lass uns mal hier so eine Gondel mieten und uns von so einem Flieg durch Venedig schiffen. Ja, ich glaube, das wäre die beste Idee mit der Gondel. Ist nicht übel, denn wie die Sache aussieht, ist Venedig sowieso 80% unter Wasser. Aber wer bezahlt uns das? Pass auf, Alter. Tata, hier in meiner linken Hand halte ich eine Plastikkarte und keine Angst, das ist nicht der schwarze Peter, sondern genau, das ist Karos Kreditkarte. Bedeutet, wir bezahlen per Karte. Geile Idee, Mensch. Wusste gar nicht, dass Karos so als du das bekommst. Naja, egal. Lass uns zu den Gondolier. Ach, ich wusste das doch auch nicht. Aber ist doch egal. Was, solange wir das nicht bezahlen müssen? Hey, Lenny, sag mal. Irgendwas an dir ist anders. Ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst. Das mit mir was nicht stimmt. Was meinst du? Naja, du hast so einen komischen Dialekt, Alter. Mach dich nicht über meinen Dialekt, lustig, Alter. Über deinen Dialekt meckert auch keiner. Ach, ich meine doch nicht deinen normalen Dialekt, Alter. Ich meine den italienischen Dialekt. Du klingst, als wenn du zwei Jahre in Italien gelebt hättest. Ach so, das meinst du. Also, vor meiner Flucht nach Ostberlin hatte ich eine Frau. Die war die Tochter eines Mafia-Bosses und wir lebten drei Jahre in Italien. Echt krass, Mann. Und was hast du da so als Mann einer Mafia-Braut gemacht? Die hatten mich als Fahrer eingestellt. Sollte immer irgendwelche Pakete liefern. Ach so, praktisch italienische Post. Und ich dachte schon, du warst ein Gealer oder so. Und was ist eigentlich aus deiner Frau geworden? Ich weiß nicht. Das letzte, was ich gehört habe, war von ihrem Vater, der meinte, dass sie schwimmen gegangen ist mit den Betonschuhen. Ach du Scheiße. Da sagst du was, Mord. Ich meine, es war nicht außergewöhnlich, dass sie mit den Schuhen baden gegangen ist. Aber warum? Die an dem Tag diese hohen Absatzschuhe tragen musste. Ist auf jeden Fall nicht gesund für die Füße. Ja, mein Reden, Alter. Mein Reden. Und seit der Zeit damals hast du den Dialekt oder wie? Immer wenn ich wieder in Italien bin, fange ich damit an, Alter. Das ist so wie bei dir, wenn du in Bayern bist, mit deinem Dialekt-Tick. Stimmt, Alter Mensch. Wir haben viel gemeinsam. Aber du, schau, da vorne ist ein Gondeliere mit Titten. Hey, junger Mann. Wir würden gerne eine Rundfahrt buchen in Ihre Gondel. Hallo, ihr zwei. Aber ich glaube, ihr habt euch getäuscht. Erstens, ich bin ja keine Altä, sondern eine Altä. Und eine Rundfahrt kostet ganz so schön, um ehrlich zu sein. Ihr beide seht nicht so aus, als wenn ihr euch sowas leitet könnt. Eine Frau als Gondelfahrer? Was ist denn hier los? Oh Mann, Lenny. Wir haben hier die einzige Gondeljero der Welt erwischt. Hab ich auf Arte gesehen. Da kam nämlich so eine Repo, wie sie das alles geschafft hat und so. Echt genial. Aber mal eine andere Frage. Frau Gondeljero, ich hab hier eine Kreditkarte. Könnten wir nicht damit bezahlen? Wenn ja, kann die Reise doch eigentlich losgehen, wa? Was? Du schaust Arte? Hey, du besaust gar keine G-Set. Kannst du gar nicht Arte gucken? Ach, ist doch egal. Also auf ins Boot und los geht's. Auf geht's. Ach Mensch, Venedig. Das ist toll. Das klare Wasser, die frische Luft, die netten Leute. Ach, hier können die glücklich werden, sag ich dir. Also echt, Moat. Du hast gelitten. Hier stinkt es übel nach Abwasser. Da schau rein. Da die dunkelsten Teile, die Wasser schwimmen. Ich will nicht wissen, was das ist. Zweitens haben die hier sicher übelste Probleme, wenn es mal brennt. Und ach, alles hier ist überteuert. Kaum einer von den Einheimischen wohnt hier. Naja, sie haben schon recht. Durch die überteuerten Mieten hier sind viele weggezogen. Auch das Abwasserproblem leistet seinen Anteil daran, dass Venedig in den nächsten 13 Jahren aussterben wird. Ach, Venedig, du kleines Städtchen im Wasser so fein. Dein blaues Wasser so rein. Die Leute so lieb. Schön, dass es dich gibt. Oh Mann, ich hoffe, die beiden hauen bald wieder ab. Schau mal, Lenny, da drüben. Laschenko. Okay, da gehen wir rein. Ich will hier in Venedig sein. Amen.